Was kaufst du am liebsten? Was ist dein Lieblingsstück? Alles klar! Wir haben den coolsten Chef überhaupt. Die Frau vom Lucky ist natürlich auch super cool. Es macht wirklich Spaß und die Gäste haben auch wirklich Spoiler an dem Essen. Typisch thailändisch gibt es ja hier nicht so viel. Deswegen, also wirklich gut. Kommt auch bei den Gästen dran. Ich habe hier Chicken Kachunap und gebraten Curry mit Wunsch. Patai auch, Green Curry auch, Massaman Curry auch. Und wo hast du kochen gelernt? Wo hast du Kochen gelernt? Von meiner Mutter. Also coole Veranstaltungen kann man hier auch machen. Geburtstage, Hochzeiten hatten wir schon hier. Taufen. Also es kommen auch die Leute wirklich gerne her. Das ist nur das Problem, dass viele es noch nicht so wissen, dass wir hier sind. Also ganz gut ist natürlich immer unser Curry. Das haben wir eigentlich jeden Tag. Auch da grünes Curry heute zum Beispiel kann ich auch sehr empfehlen. Was auch sehr gut ist, ist unser Partei. Das ist mit Reisnudeln. Haben wir auch immer auf der Karte. Und dann gibt es natürlich auch so Specials wie Mango Sticky Rice. Das macht unser Lucky natürlich sehr gut. Ja, schmeckt richtig gut. Ja? Ja, richtig gut. Ich schieße auf. Passt. Und wenn es zu scharf ist, dann nimmt man noch ein Wein oder ein Bier dazu. Ja, richtig gut. Ja, das ist mein girlfriend. Erzähle. Von Kerremome was mir, dass ich meine Leute haben zig ihr 패letiges einf bacteria mit demokratiertes Gr visiten. Yep. Ich hab und sagte nächstes Mal�formed mich. Untertitelung des ZDF, 2020